Hört unbedingt rein, was Herr Spahn zur AfD sagt. Ja, es gibt Wählerinnen und Wähler der AfD, die rechtsradikal sind, die sie auch deswegen wählen. Aber nach allem, was wir sehen und wissen, ist das eher der kleinere Teil, zumal bei diesen Prozentwerten. Wenn man Leuten, die der Meinung sind, Migration sollte begrenzt sein, weil wir nicht unendlich leisten können. Wenn man Leuten, die der Meinung sind, zum Beispiel eben, dass es zwei biologische Geschlechter gibt. Wenn man Leuten, die der Meinung sind, sie möchten in ihrer Nachbarschaft keine DITIB-Moschee haben, aus der Türkei finanziert. Wenn man den Leuten sagt, dass sie rechts sind, dann kann es passieren, dass ein Teil von denen sagt, ja, dann wähle ich halt rechts. Und das, glaube ich, ist auch die Frage, wie wir politische Auseinandersetzungen machen. Ob wir eine politische Auseinandersetzung in der Sache machen, die das Argument sucht, die sich auch in der Sache reibt. Oder ob wir eine politische Auseinandersetzung haben, und ich finde, die haben wir zu oft, die ganz schnell im Emotionalen, im Moralischen ist und am Ende eben ganz schnell zuordnen. Bis zum nächsten Mal.